Natürlich hinstellst du, die schießen wir, die schießen wir. Oh, das ist fein. Flampiert, okay. Dürfte aber ein bisschen karamell drauf sein. Oh, perfekt. Perfekt, ja. Perfekt. Was anderes als perfekt kenn ich ihn. Wenn das Wortspielerkannt hast, sagt Bescheid. Was sollst du? Was anderes als perfekt kenn ich nicht. Ja, ja. Jetzt such doch für Romane gleich weiteres. Ja, hol doch mal das nasse Zeug. Das trockene, das kann man immer mal verheizen. Ja, weil er vorhin gesagt hat, dass er einen perfekten gemacht hat. Obwohl die Mitte noch ein bisschen zu hart ist. Nein, das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Ja. Jetzt soll ich nicht flüssig werden. Ja. 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 Vielen Dank.